Was geht Leute? Mein Name ist Danny Tschüss dauuu Willkommen back to Minecraft Zu einem neuen Minecraft Video Heute spielen wir das erste Mal Minecraft Hunger Games Ich werde davon mehrere machen, weil ich Ähm, ja, noch nicht so gut bin Also ich hab damit erst vor kurzem angefangen Allgemein Minecraft und mit mehr PC-Spielen Das Ganze Deswegen, lasst uns loslegen Und vielleicht die erste Box öffnen, da ist gar nichts Oh, hier hat einer die Box nicht geöffnet So, lasst uns weglen Ähm, ja, ich hab keine Waffe oder sowas Ich werde erstmal ne Box irgendwo finden müssen Ähm, ja Weiß aber quasi gar nichts Ich hab hier etwas Erfahrungsflächen, das habe ich Keine Ahnung, ob das gut ist Wenn der jetzt hinter mir ein Ich warte, der hinter mir hat irgendwas gefunden Der will mich jetzt töten Hi, hier ist keine Box Hi Hi Was geht's? Alles klar? Oh mein Gott, er hat die beste Wüstung, Leute Ich kann nichts gegen tun Der hat ein Messer, der kann ich auch sowieso nichts gegen tun Deswegen werde ich mich mal lieber jetzt verpissen Man sieht sich irgendwann Irgendwann in 20 Jahren Keine Ahnung, hoffentlich nicht Aber ich gehe da mal lieber weg Ja, ich muss irgendwo eine Box finden Ich weiß nicht Hinter mir Hinter mir Aber die kämpfen dort Nimm das, du Loser Er hat doch so viel Leben Okay, er hat doch so viel Leben Ich kann da ja nichts gegen ihn tun Ich kann da aber Nein, kann ich nicht Okay Bis dahin Alter, was soll ich tun? Ey, das ist voll kacke, wenn man keine Items findet Und ich kenne die Maps noch gar nicht Ich weiß nicht, wo die ganzen Boxen oder das Ganze sind Ah, da hinten ist einer Okay, okay Ist da jemals? Nein, er ist gar nichts Scheiße Er ist gar nicht mehr hinter mir, lol Okay, er ist gar nicht mehr hinter mir Das ist gut, dass er nicht hinter mir ist Eigentlich habe ich jetzt schon verkackt Weil Ja, ich finde einfach gar nichts jetzt Jetzt finde ich definitiv nichts Oh mein Gott 10 Leute sind noch übrig Ist hier irgendwo eine Box oder so? Irgendwo Items? Weil das ist jetzt ein bisschen problematisch Ich bin voll einsam, ja, ja Vielleicht hier unten, wer weiß Hallo, ist hier jemand? Bitte sag mir nicht ja Ich brauche eine Box Boah Finde ich eine Oh, 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 oh Ja Oh mein Gott Hier ist keiner Das ziehen wir uns Oh mein Gott Nein, 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 nein Bro, bro, bro Bro, bro Bro, bro Und so schnell geht das Diese Arschlöcher Das meine ich Ich bin noch nicht so gut Ich habe leider auch die schlechten Items bekommen Aber das würde sich jetzt ändern Okay, zweite Runde Hoffentlich läuft es ein bisschen besser Ich werde dieses Mal ein bisschen springen Damit ich aber schneller als die da bin Und Ja, nicht die besten Items leider Okay, da war da war was drin Da war auf jeden Fall was drin Okay, jetzt habe ich wenigstens das 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 ist Ich bin voll ausgerüstet Voll ausgestattet Ich werde attackieren Ich werde attackieren, Leute Ich werde es tun Komm her, bitch Komm her Komm her Alter, er verliert viel Leben Hoffentlich bekomme ich seine Oh mein Gott Hör auf damit Verpiss dich, du Loser Du willst kennen Wow, wo bin ich Wo bin ich Wo bin ich Oh mein Gott Nein, nein, nein Ich werde nicht runterfallen Fall du runter Du kannst runterfallen Nicht ich Du kannst runterfallen Du kannst du was von runterfallen Du Loser Fall runter Oh mein Gott Zweite Runde war gar nichts Oh mein Gott Diese Arschlöcher Oh, ich sehe gerade da vorne By the way Dritte Runde glaube ich Dritte? Ich glaube schon dritte Runde Da gibt es einen Verzauberungstisch Da kann man wiederkommen Und dann Sachen verzaubern Okay, let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Ich gehe dieses Mal an den hier So, nice Ein Schwert Das ist schon mal ganz geil Ein Steinschwert Der kann man töten Sehr gut sogar töten So Du leidest sowas von Mein Bro Du leidest sowas von Mein Bro Oh yeah Ich werde meinen Ich werde alles verzaubern Erstmal werde ich ihn töten Und dann werde ich verzaubern Der hat nämlich kaum Leben mehr Der ist sowas von tot, ey Du kannst gar nichts machen Da hinten ist das Ende der Map Glaube ich sogar Komm schon So Du bist tot, nice Ey, was da drinne? Keine Ahnung Ist mir egal Eigentlich Okay Ich gehe jetzt zurück Ich habe jetzt Erfahrungspunkte gesammelt Oh, nice Bin schnell Okay Hat das Wollte spielen wir auch was sagen Oh Gott, da ist einer Da ist jemand Das ist ein Mädchen Naja, sieht aus wie ein Mädchen Oh mein Gott Komm schon, komm schon Komm schon Ich will dich töten Ich will dich töten Ich sag dir, wenn ein Daddy ist Wer ist ein Daddy? Ich sag's mir Ich bin ein Daddy-Mädchen Gut gemacht Gut gemacht Ich will das mit dem Verzaubern Jetzt versuchen Da hinten Der will mich Der ist aber auch gefährlich Muss man sagen Also der ist wirklich nicht ohne Komm schon, komm schon Er hat mich geohnt Er hat ein Ohz Zwei Leben Ich wollte das unbedingt Verzaubern versuchen Aber ich habe nur Leute In der Mitte gesehen Deswegen Scheiße Ich glaube, das dauert Das dauert lange Das verzaubern Ne, das dauert nicht mal lange Okay, let's go Auf eine neue Map Wie heißt die Map? Ich habe keine Ahnung, wie die Map jetzt heißt Okay, let's go Let's go Let's go Springe, springe Welche, überhaupt gehe ich? Ich weiß noch nicht Gehe an die an die Ecke Ich gehe an die, ja Die ist ganz geil Die ist ganz geil Nein, ich habe eine verzauberte Hose Eine verzauberte Hose Nein, ich habe Oh Gott Habe ich irgendwas zum Schlagen? Naja, habe ich ja Oh Gott Komm her, bitch Ich habe mehr Richtung als er Er hat nämlich gar nichts Da bin ich mir ziemlich sicher Oh ja, er hat gelegt Er leckt Nimm das Komm schon Ja, nein, wir haben ihn Seine Gegenstände haben wir auch Oh, ich bin so schnell Okay, wo sehe ich einen Na guter Frage Wo ich, oh, da ist eine Box Da war noch niemand Scheiße Okay, kein Problem Ist okay, ist okay Hm, was ist Stärke? Ich glaube, das ist ganz stark zum Schlagen Ne, ich habe gar nichts mehr Jemand ist definitiv hier lang gegangen Gott, ich bin so schnell, Alter Wenn ich diesen Scheißdrank habe Was heißt Scheißdrank? Ich liebe den Trank Der hat nichts im Leben, by the way Komm her, ihr Bastarder Ich habe ziemlich viel Rüstung, muss ich sagen Das heißt, ich könnte das Theoretisch sogar Reißen Okay, komm her Ich zeig dir, wer rein der ist Ich zeig dir, wer rein der ist Alter Oh nice Vielen Dank für die Items Vielen Dank für die Items Ah, verpiss dich Ich bin tot Alter Euer Ernst Shit Okay, letzte Runde für heute Ich verstehe das mit den Kids irgendwie nicht Wieso ich keine Kids wählen kann Also keine Kinder, sondern Kids Nein, das sind viel davon Da gehe ich jetzt lieber mal weg Ich glaube, die haben einfach Kids dabei Damit sie bessere Waffen und sowas haben Oder bessere Rüstung Ich habe keine Kids Also ihr versteht, was ich meine Hoffentlich verstört ihr das Ja, ja Ja, ich brauche Hier war noch niemand 100%ig nicht Bin definitiv der erste Hier ist nice Ist ganz gut sogar Hab ziemlich viel Armer Ja, er hat's gesehen Und er wird unser Leben Würde ich ihm auch empfehlen Weil er jetzt hat er wirklich ein Problem Egal was er tut Er kann eigentlich gar nichts tun Weil ich habe einfach Die beste Rüstung Hier irgendwas Oh mein Gott Hier ist noch ein Bogen Aber den werde ich nicht auf ihm jetzt Wo ist er da hinten Ich sehe ihn Soll ich ihn verfolgen Ich denke, ja Ich meine, wieso nicht Ja, ich verfolge ihn einfach mal Er würde zum sein Leben rennen Okay Hm Da ist ziemlich schnell der Typ Aber ich denke nicht, dass er eine Chance hat Er erwartet halt einfach nur Was? Receive Ah, Kids Oh Cool Ja, ich habe noch mehr Armer jetzt Jetzt hat er wirklich ein Problem, Alter Ah, jetzt verstehe ich das Das ist mit dem Kids Ich habe also doch ein Kid gewählt, irgendwie Ah, zum Beispiel Der hat Goldrüstung Ist das ein Kid? Erwartet er, dass ich hinter ihm bin Das würde mich mehr wundern Jetzt habe ich so verstanden Man bekommt das Kid erst später Also insofern steht So klappt das also Nein, nein, nein Ich habe ihn, oh mein Gott Und man wird schneller, okay Man wird schneller Ähm Goldschwert Ansonsten erst Was? Okay, ich muss was essen Ich habe ein Goldschwert Das ist schon ziemlich krass Ansonsten bin ich voll ausgestattet eigentlich Hm Okay Irgendwas in zwei Sekunden wird released Keine Ahnung Ach, ich habe ein verdammt gutes Schwert Oh mein Gott Goldschwert müsste gut sein, nach sie juckt Ist jemand? Ja, warum ist jemand? Holy shit Komm her, bitch Zeig dir, wer dein Daddy ist Oder zeigst du mir, wer mein Daddy Oh mein Er hat mir gezeigt, wer mein Daddy ist Shit Kids Okay Ja, jetzt habt ihr es gesehen Ähm Ja Ich habe ziemlich verkackt Es war Ich habe es wenigstens verstanden mit den Kids Also das war echt nicht so schwer zu verstehen Aber Irgendwie habe ich das nicht ganz verstanden Ähm Äh, by the way, das ist mein neuer cooler Skin Wie findet ihr ihn toll, ne? Ja, definitiv Richtig cool Äh, aber ja Das war Minecraft Survival Games Meine ersten paar Runden in meinem Leben sogar Weil ich habe wirklich nicht viel davon gespielt Ähm Ich bin Ich glaube Keine Ahnung, was ich gewesen bin Mein Rekords Fünfter oder sowas Keine Ahnung Hoffentlich Ich glaube nicht mal Ähm, aber jetzt Ich habe ein bisschen mehr verstanden Wie ich wieder ein bisschen mehr dazugelernt Und auch der Grund, wieso ich das mache Obwohl ich nicht der Beste bin Äh, ist einfach um Tipps von euch zu halten Damit ich besser wäre quasi Also, äh, ja Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Dann zeigt wie Badass Ihr seid unleckt dieses Video Schaut auf Minecraft Wobei mehr Videos Den ich brüchert habe Und abonniert Jetzt im nächsten Video Ich werde dich Im nächsten Video wiedersehen Dann sage ich jemanden noch 3, 2, 1 Schau Was hier Leute Mein Name ist Danny Bis zu Willkommen back Bei einer neuen Folge von Badass Wheels 88 Motherfucking Folge Hab ich schon